Max, du bist im Ziel. Wie war dein Viertelmarathon? Ja, ganz gut. Ich bin ganz zufrieden mit dem. Ich bin rasch in meinen Rhythmus gekommen. Ich habe mir gedacht, ich werde ungefähr eine Stunde brauchen, so von dem, was ich erfahrungsmäßig laufe. Und ja, offensichtlich habe ich es geschafft. Es geht mir nur immer gut.